Ja, und es zittert, weil es an ist. Ohne Leifen und ohne Inventar. Und es kann meine Ruby was damit machen. Yeah. Ruby's the best. Gut. Ich versuche jetzt noch auf dem letzten Schwung jetzt das andere Zeug zu finden, was ich euch zeigen wollte. Und wenn nicht, werde ich die Bierdose holen. Mhm. Hm. Mal kicken. Was diese 17-jährige Mädchen mit einer Bierdose will. Ich mag kein Bier. Ich bin aus der Bierhauptstadt Deutschlands und mag kein Bier. Fast schon ein bisschen peinlich. So. Da vorne. Nein, das ist schon... Nein, das ist nicht... Ich hab's gefunden. Ich dachte schon, das ist schon wieder dieser mistige Misthaufen von Blumen und Zeug. Nerv. Aber ich find partout nicht diesen blöden Diamanten. Das tut mir wahnsinnig leid. Aber gut, wenn ich sieh, dann wer anders. So einfach ist dat. So, jetzt lauf ich mal hin. Ist das nicht hübsch? Ich lauf noch mal vorne rein. Geht das auch? Wow. Black. Ist das nicht hübsch? Mitten im Wald, so ein geiles, altes Theater. Vielleicht sollte ich Tänzerin werden. Mit großen Federn auf meinem Kopf. Scheinwerferlicht auf meinem Gesicht. Das kann ich tun. Ja. Dafür hast du die falsche Hautfarbe, mein Mädchen. Da muss ja etwas bräunlicher sein. Du musst einfach ein bisschen in Brasilien leben. Und yeah, Karneval in Rio. Wooo. Sonst sieht das nämlich beschissen aus mit deinem Käseweiß hier. Käse. Ich darf ja eigentlich nichts sagen. Ich bin ja nicht dunkler. Kellerbräule, FTV. Mensch, diese dummen Dinger. Ich will das auf die Bühne. Du wolltest auf die Bühne, wie ich. Dumm, dumm, dumm. Ach, ist das nicht hübsch? Ich finde das echt toll. Kannst du Klavier spielen? Nein, Rose kann Klavier spielen. Wow. Na, wenn ich mit ihr da nochmal hinkomme, auf jeden Fall. Aber das wollte ich auch auf jeden Fall zeigen. Hm, ist das nicht toll? Und ich liebe es, wenn die Farben so stark werden. Hallo. Hey, du hast es ja so ein Problem wie ich. Super. Also, auf geht's. Gehen wir jetzt ein Kippen. Ein Heben, ein Kippen. Ein Heben, ein Kippen. Ein Heben, ein Kippen. Ihr wisst, was ich meine. Auf geht's. Oh, hör euch diese Musik an. Ich werde jetzt ganz langsam hinlaufen. Und ihr werdet am Horizont etwas entdecken. Vielleicht. Ich sehe es bis jetzt noch nicht. Hallo? Oh, ist da wer? Oh, so ein Händler. Ah. Lumberjack. Lumberjack. Lumps. Ein Häuschen. Mit nichts drin. Meine Güte. Das Zelt ist zu. Die Hütte ist zu. Na, das ist das mal weich. Aber das Bier scheint warm zu sein. Nein, es wird bis... Oh Gott. Es scheint frisch zu sein. Und die Feuerstelle ist noch warm. Ja, deswegen habe ich die nicht gesehen. Lumberjack. So, lass die Hütte zu. Bist du sowieso schwach wie ein Huhn. Anstrengung? Nee. Ich doch nicht. Wo denkst du hin? So, bevor man Bier trinken, mach mal Feuerchen. Ist ja nur ein wildfremder Mann. Nein, 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 nein. Oh, was war das denn? Piep, piep. Ich hoffe, ich habe das nicht gehört, aber ich musste gerade... ganz schnell reagieren. Sonst wäre es wahrscheinlich schief gelaufen. Vielleicht sollte ich das kontrollieren. Ob ich ihn aufnehme. Das mache ich jetzt auch gleich. Ich stelle mich aber ein bisschen in Sicherheit. Nicht zum weißen Mädchen. Das ist... Sag dir nicht zum weißen Mädchen. Der ist ja gut. Geh weg. Die warme Glut streichelt meine Haut. Schält mich. Schicht für ein Schicht. Den Rest konnte ich erst nicht lesen. Irgendwas mit Gesicht. Ich bin ganz schwor, wenn wir die rum haben. Wirklich. Ich merke die nicht. Aber ich schaue es trotzdem noch mal schnell nach. Bis gleich. Ja. Ja. Super. Ich nehme noch auf. Und ich durfte wieder alles noch mal neu machen. Juhu. Ich liebe Fraps. So. Habe ich jetzt eigentlich schon einen gezwitschert? Nein. Dann zwitschern wir uns mal ein. Ja. Machen wir uns mal richtig doll betrunken hier. Und ja. Ich bin noch genervter als vorher. Wer mich auf Facebook hat, weiß das auch. Zitat. Ich hau Fraps gleich in die Fresse. Warum Fresse und Fraps? Weil FF. Alliteration und so. Von außen kalt und von innen warm. Drehender Kopf und sprudelndes Blut. Schweps. Also gut. Aber ganz ehrlich. Ich habe keine Lust. Es ist irgendwie in die Länge zu ziehen. Aus diesem Grund. Werde ich unseren Lumberjack. Boy. Sexy. Bitch. Mal ein bisschen auf die Pelle rücken. Die Mütze? Gib mir deine Mütze. Sollst du eine Mütze holen? Faules Stück. Aha. Kann ich jetzt ihn zu holen, obwohl du da bist? Hallo. Dann bist du? Aha. Mein Herzen toll. Ja. Lauft aufeinander zu. Muss ich die Mütze überhaupt holen? Damit ich... Sollst nicht zum fünften Mal das Feuer anmachen, du... Ah! Nuss. Entweder du hockst sie da jetzt noch. Geht doch. Hallo, ich bin 17. Und wie alt bist du? 85. Hab mich gut gehalten. Was? Magst du ein Bier? Berne. Berne, Bitch. Ach Gott, Mist. Jetzt hab ich's vergessen. Ja, das hab ich mich gleich. Da seh ich. Da liegt sie. Mitten auf dem Saat. Auf dem Saat. Auf dem. Wow. Hals getroffen. Geht weiter. Was?